Hier ist die Teenager-Mama. Teenager. Mhm, gell? Da geht's recht, Bebe. Hier ist etwas versteckt im Sand. Wir sind auch dort oben. Das Heu-Eltere. Kommt ein bisschen noch gerne hoch dort. Mhm. Hier in dem Sandhof, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Ich habe gesehen, etwas drin. Ja. So, so, so. So.